11 Gesetze, die es geben würde, wenn ich Bundeskanzler wäre. 1. Serien zu spoilern, wird mit 8 Jahren Freiheitsstrafe bestraft. 2. Jeder hat das Recht auf einen kleinen Pinguin, der zu einem gewatschelt kommt, wenn man traurig ist. 3. Pizza Hawaii wird verboten. 4. Handys müssen merken, wenn man besoffen seinen Ex anrufen möchte und automatisch die Nummer löschen. 5. Chipstüten müssen vollständig befüllt sein. 6. Jeder bekommt zwei Geburtstage, der Bundeskanzler bekommt drei. 7. Wer bei Gericht gewinnt, muss einen Fortnite-Tanz machen. Wenn sich beide Parteien vergleichen, muss der Richter einen Fortnite-Tanz machen. 8. Döner kostet drei Euro immer. 9. Bei einem Fußball-Bundesliga-Spiel darf in jeder Mannschaft ein Random-Fan mitspielen, der vorher ausgelost wird. 10. Die Zahl 11 wird abgeschafft.